Oh shit, what up, Leute im Internet. Es ist der sogenannte Zirkelmann in seinem sogenannten Skudio und ist immer wieder ein neuer Song draußen. Jetzt Spotify abchecken in der Beschreibung, im Kommentar, was auch immer. Gerne, gerne in die Playlist packen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ne, wir kommen ja nicht drum rum, ne. Und jetzt spielen wir den erstmal und dann können wir mal gucken, wie wir den überhaupt finden und was wir überhaupt sagen. Und dann machen wir erstmal los jetzt. Du machst ne Fitness-Challenge, ich mach ne Aufsteh-Challenge. Ich gewinn nur eine Wer-kann-müder-Aussehen-Challenge. Würde mir was Gutes tun, wenn ich mal nicht mehr nachdenk. Kenne den Weg, doch bleibe hier, weil ich mich ablenk. Ich bin gar nichts, gar nichts, gar nichts, außer Panik, 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 doch ich. Meister den Spagat, zwischen Scheiße sein und beschissener werden. Alles wie gehabt. Scheiße sein zählt wohl zu meinen Stärken. Halber Schritt voran, aber tausend zurück. Dem was ich kann, vertraue ich kein Stück. Und was noch nicht scheiße ist, kann ja immer noch werden. Wenn ich mal was schaffe, habe ich nur beim Versagen versagt. Komm auf die Party und für alle ist der Abend im Arsch. Ich hab Angst vor Leuten und ich hab Angst vorm Alleinsein. Was für ein Scheiß-Live. Während du noch denkst, es läuft fantastisch. Schieb ich längst schon einen Lachkick, Mann, ich. Meister den Spagat, zwischen Scheiße sein und beschissener werden. Alles wie gehabt. Scheiße sein zählt wohl zu meinen Stärken. Halber Schritt voran, aber tausend zurück. Dem was ich kann, vertraue ich kein Stück. Und was noch nicht scheiße ist, kann ja immer noch werden. Meister den Spagat, zwischen Scheiße sein und beschissener werden. Alles wie gehabt. Scheiße sein zählt wohl zu meinen Stärken. Halber Schritt voran, aber tausend zurück. Dem was ich kann, vertraue ich kein Stück. Und was noch nicht scheiße ist, kann ja immer noch werden. Das ist einfach, betraue ich ein Stück. Vielen Dank.